Hallo und zurück meine lieben Freunde, ich bin's Udo. Nachdem wir mit Disco Elysium vorbei sind, bin ich ein wenig noch im Limbo und habe keine Ahnung, was ich als nächstes aufnehmen soll. Deswegen habe ich da ein kleines Spiel für zwei, drei Aufnahmen mir besorgt, dass mich angesprungen ist. Ich habe einfach eine kleine Werbung dazu gesehen, irgendwo, keine Ahnung, oder nicht Werbung, ich habe es einfach irgendwo gesehen. Von den Entwicklern Sockpop, ein wirklich kleines kartenbasiertes Spiel. Ich habe schon einen Run gemacht, allerdings habe ich den Run im freundlichen Modus gespielt, also ohne böse Gegner. Und ich habe einfach nur ausprobiert, was man machen kann und wie, was und warum. Ah, okay, man verliert den Progress. Ja, das ist aber okay. Ich habe nicht alles erforscht, das letzte Mal, bei weitem nicht alles, nehme ich mal an. Moon Length Normal Long Short. Ich nehme mal an, wenn es long ist, ist es easier, ja. Moon ist quasi immer ein Monat offensichtlich, also man macht in dem Spiel. Es ist kartenbasiert und macht Stacks mit den Karten und es dauert immer, bis die Karten irgendwas Neues machen. Und nach einem Monat muss man die Einwohner füttern und wenn der Monat länger dauert und die Zeit, mit der die Typen ihre Sachen machen, aber gleich bleibt, heißt das, ich habe länger Zeit, um Essen herzustellen, zum Beispiel. Ja, also wir werden dieses Mal den Peaceful Mode off machen. Vielleicht gehen wir auf Long, weil ich bin so ein langsamer Spieler. Obwohl, nein, gehen wir auf Normal. Ich glaube, man kann Pause machen und während der Pause eh alles machen. Also machen wir es da. Schauen wir mal. Okay. Hallo. Ah, ich muss das. Hier. Das Spiel beginnt noch nicht, wenn ich noch nicht praktische. Gut. So. Also. Ah ja, wir können Pause machen. Sehr gut. Wir haben hier das Feld. Hier haben wir diese Karten. Wir haben hier einen Villager. Den hauen wir gleich mal auf den Berry Bush. Am Ende des Monats müssen wir unsere Villager füttern. Wir haben einmal Geld. Wir haben einen Felsen und Wut. Ja, am Anfang ist es relativ, relativ langweilig. Schauen wir mal. Oh, das ist interessant. Und alles offen, weil ich das das letzte Mal schon geschafft habe. Ah, ich sehe. Das heißt, das kriege ich alles nicht mehr. Okay. Aber eigentlich, das war nett, das zu sehen. Also. Ich habe schon alle Ideas hier. Mit der Zeit wird dieses Feld dann auch relativ voll werden mit dem ganzen Zeug, was man findet. Ah, Flint kann man mal verkaufen. Ich weiß, wir hatten einen... Aber wie hat das geheißen? Was möchten wir durchs Schneidl haben? Einen... Eine Truhe wäre ganz toll. Wo war denn das? Chest, nehme ich mal an, irgendwie. Planks. Da gehe ich mal drauf. Und ein Horse ist auch, glaube ich, nicht schlecht. House, Grove. Ah, ein Coinjack. Eine Coin und zwei Wood. Lasst uns den Villager füttern. Das erste Moment ist vorbei. Ein Coin, zwei Wood. Okay. Achso, brauche ich gar nicht da drauf geben. Dann holen wir uns noch sowas. Ja, die Coinfest ist, die verringert die Anzahl der Münzen recht stark. Wir können nämlich nur 20 Münzen haben. So, was ist noch wichtig, haben wir gesagt? Ein Haus. Was machen wir fürs Haus? Das war... Ähm... Wo war das Haus? Keine Ahnung. Farmhaus da. Wo war das Haus? ist ich jetzt noch ein stick ich hätte gern boot gibt es ja wohl nicht ich jetzt wir füttern und und wir starten das das Machen wir das und machen wir ein paar Berries. Geh weg. So, das ist unser Haus. Zwei Bäume steigen wir zusammen. Steine, gehen wir zusammen. Machen wir als erstes dort was anderes machen. So, was auch wichtig war, war das Shad. Beziehungsweise die einzelnen Wood-Camp, Lumber-Camp und Quail. Einmal Stein, einmal Wood. Und das dreimal Wood, einmal Stein, ja. So, keine Ahnung, was ich mit dem Haus jetzt mal mache, solange ich nur einen Villager habe. Da habe ich eigentlich den zweiten Villager damals gekriegt. Möglicherweise habe ich irgendwas von diesen Dingen da gekauft. Kann man da vielleicht auch einen... Kann man da auch einen Villager kriegen? Rabbit, Wood, Stone, Anidea, Key. Was kann ich da kriegen? Tree, Rock, Berry, Bush, Wood, Stone, Stick, Flink, Poop. Poop. Hm, nice. Okay. Chief haben wir. Send it. Alden Human. Garry's on. Oop. essen auch mehr wir brauchen mehr villager ich jetzt drei steine kümmern ziegelstein machen die verkaufen um fünf beziehungsweise wie schon gesagt ein schäd wäre vielleicht gar nicht so schlecht einmal gut einmal der und einmal stick kaufen wir suchen wir wissen mal schauen vielleicht doch ein villager drinnen ist ja ein villager sehr gut so wir sollten also dem die villager irgendwann einmal mehr wenn das möglicherweise nicht unbedingt die wir haben wieder genügend essen ich weiß nicht ob das aufgebraucht werden kann den sicherlich auch auf den saal geben dann bauen wir nämlich einen apfelbaum das du machst sowas wollen wir wollen in dem fall kann es auch sein dass wir gegen irgendwelche sachen kämpfen müssen wir brauchen wir sticks wir bauen ein spiel aus dem sinn mehr geld so warte mal pause machen wir mal repins also in der pause kann man nichts verkaufen ok du gehst starten auf du gehst starten auf du gehst starten wir fütten uns die villagers da immerhin wir haben noch keine rate oder sonst irgendwas mitgekriegt in dem lab in dem ding was habe ich das wieder abgeschalten nein ich hab mal später mal eine rate finden so wir die zwei hier um ein baby zu machen es dauert nämlich dann relativ lang das baby bleibt im hau so ich habe keine ahnung was der tempel macht den habe ich damals nicht gebaut der smelter war wichtig und quarry die zwei möchte ich jetzt nicht bauen mine wäre vielleicht auch nicht zu schlecht machen aber das war das kann man mit dem ding machen was kann man mit dem fliegen machen brauchen wir das für einen von denen war für die mine brauchen wir den ein apfelbaum füttern das baby kriegt auch ein jetzt next month so war mal als erstes die smelter vielleicht oder einmal plank einmal wut okay mehr holz nicht jetzt haben hauptsächlich sticks gekriegt aus dem ding ja genau das wollten wir noch mehr sticks ja wir sollten die zeiten verbreiten hey mehr soil wir könnten ja einen farm on stimmt total vergessen berry bush wie war das mit der farm was braucht die einmal soil zweimal brick zweimal plank puh der garten geht schneller der braucht zwei stone zwei wood stone habe ich auch nicht zwei ja da kann man nichts machen jetzt ähm soll ich darauf hoffen dass wir als nächstes gleich stone kriegen wenn ich jetzt was gebe oder soll ich einmal einen apfel wandern ja machen wir das das säule sie gleich fertig kann das nicht sein so kann das nicht sein aber So, weil einer von den beiden fertig ist, also er hier nehm ich mal an, oder das Bündnis. So, du baust noch ein Paracamp. Und Apfel. Und noch einen Berry-Busch. Und dann noch einmal, 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 einmal. Oh, wir haben vier Karten zuviel. Also dann verkaufen wir mal die zwei, die brauchen wir eh nicht. Ah, ja, das ist zwar etwas, was ich nicht unbedingt verkaufen will, aber gut soll es sein. Wir hatten zu viele Karten. Hm, hm. So. Oh. So. 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 . So. 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 . So. 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 machen wir den Garten. Machen wir den Garten. Steine. 等 wir. Haben wir den Garten. Dingsbums. mount. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles läuft. Alles läuft. Das läuft ermня weiter runter. Essen läuft auch gut. So, dann machen wir mal einen Apfelpaus. Du gehst da die Apfelbäume und da machen wir noch einen Apfelbaum draus. Oder sollen wir da noch einen Garten draus machen? Ja, das sollten wir vielleicht. Wir brauchen dazu noch einen Stein. Vielleicht sollten wir... So, was haben wir da? Tree, Rock, Harry, Bush. Ja, wo hat das? Yay. Rock, Rock, Harry... Stopp. So, wir haben viel zu viel, viel zu viel Zeug. Wir müssen da urviel verkaufen jetzt. Nein, kein Flint. Seid ihr wahnsinnig? Ach Gott. Du machst das gut. Äh, Sticks. Kann man nämlich noch einmal verkaufen. Ah, okay. Alles. Geht dich das noch raus? Wahrscheinlich nicht. Noch ein Barry Bush. Oh, ich hab zu viel gedrückt. All humans were fed. Wir müssen sieben hatten. Oh, na gut. Ähm... Komm mal da. Das... Nicht. Äh... Fünf Karten müssen wir noch verkaufen. Ja, verkaufen wir die Äpfel und die Berries. Oder? Machen wir doch glatt. Du machst mir Äpfel wieder. Ah, du bist jetzt in Pup gekommen deswegen. Ah, du bist da. Wir brauchen wieder mehr Essen. Diese Karten rutschen immer irgendwo hin. Ist das jetzt so gemacht, dass ich... Merke. So. Äh... Wie war das? Ein Speer machen wir wie? Haben wir gesagt? Ah, wir könnten aber die zwei ins Haus schicken. Und noch ein Bibi machen. Das ist eine große Art Bibi. Öh Äpfelkorn. Äpfelkorn. Äpfelkorn einfach insgesamt besser als... Da. Wir wollen einen Speer bauen. Einmal Wood. Jetzt einmal Stick. Warte mal, wofür haben wir Flint gebaut? Campfire. Aber Campfire dafür. Machen wir mal den Campfire oder es gibt auch den Stove, aber der ist ziemlich leer. Achso, das Campfire brauchen wir gar keinen Vredager, um das zu machen. Reap and Soul. Curious Cuisine. Machen wir mal das. Kriegen wir verschiedenes Essenzzeug hier. Raw Meat. Mushrooms. Die können wir auch haben bauen. Kochen wir mal das. So. Hm, wir haben eigentlich gar nichts derzeit. Oh, Essen. Baby, wir kriegen Essen. Und wieder vier Karten zu verkaufen. Okay. Verkaufen wir mal die Sticks. Und verkaufen wir zwei Äpfel. Leider. Mushrooms. Boom, we're on. Villager. Okay. das ist noch ein steckchen noch ein ja das 3 stone und dann gucken wir jetzt oder verkaufen nicht zeigten gegen ehrung noch ein fliehnt gut jetzt machen wir eine quarry können uns steine ständig hier machen und stanz machen bitte noch ein schät wir brauchen mehr platz nein 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 nicht das gekochte fleisch das sollte ein fehler war ein fehler sieben karten ok die stick behalten wir uns hier für noch ein schade machen gleich noch ein drittes schade das heißt fünf äpfel wir irgendwas anderes machen ich sollte diese dinge nur öffnen haben wir zu wenig essen nein wir haben genügend essen dann haben wir nicht nicht eigentlich die gesorgt so dann brauchst du mal die beeren ab du machst mir noch mehr eine mine braucht was zweimal flinkt einmal gut einmal stone und wir haben jetzt zwei apfelbäume die wir auch wieder verwenden können vielleicht sollten wir den typen das apfelbäume geben und nicht den beeren so du bist wir brauchen mehr villager glaube ich was mache jetzt mit dem naja ich stecke jetzt noch mal camp auf einmal als erstes schade schade wäre ein stick ein stone und noch ein boot so ich mache was ein boot ergibt perfekt genau so ist es so dann mehr steine so so ich mache noch eine plan mehr rock und tree ok auch nicht so füttern ich fürchte wir müssen nachher wieder zeug verkaufen danke sieben karten sogar ok was verkaufen wir hier ist gar nicht so einfach verdammt so knapp bevor das schade fertig geworden ist das ist sehr ärgerlich na gut einmal den das da mal verkaufen sind noch immer sechs karten und die äpfel verkaufen wir ja das ist echt weh ich glaube das ist interessant oh ich nehme alles zurück es ist doch irgendwas neues passiert so Apfelbaum berry bush jetzt nehmen wir mushrooms ok die mushrooms gehen wir da her du da her du da her kommst du da rein kommst du da rein ok wir brauchen essen ripensau so nicht sau sow reap and sow berry eine berry bush und ein rock was können wir mit Kühen machen Kühe können irgendwas spezielles wir können Kühe vielleicht auf den Soll stellen nein keine Kühe in irgendeiner weise füttern mit irgendwas mit Beeren nein natürlich aber jemals irgendetwas mit Kühen gemacht Milkshake ja super aber dafür ähm haben wir gesagt bauen wir einmal Wut und zweimal Stick nein vielleicht sollten wir wegen des Strange Portals mal eine Waffe bauen mhm mmhm mhm 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 was machen wir dafür oh pote Ich brauche viel mehr Leute, und zwar irgendwie... Ich jetzt Stick, Wood. Wann war das? Na gut, zweimal Stick. Uh, Apfel. Noch einmal einen Brick. Wir sollten zumindest mal anfangen. Uh, genau, Market war auch wichtig, glaube ich. Einmal Brick, einmal Plank, einmal Coin. Ja, dann machen wir als nächstes. Oder... Also, das könnten wir auch machen. Zweimal Brick, zweimal Plank, einmal Soil. Dann den Soil, den wir noch haben, in eine Farm umwandeln. Ja, was soll's. Schauen wir mal, was passiert. Oh. Zwei Ratten sind hervorgekommen. Okay, das sollten wir ja wohl irgendwie besiegen können, oder? Zwei Ratten. Das müssen wir fast einiges beraten. Ihr Ratte tot. Wir haben eine Errungenschaft wahrscheinlich, wenn wir da eine Ratte getötet haben. Ähm... Könntest du bitte nicht durchrennen, durch alles? So. Perfekt. Du gehst wieder in den Rock und du gehst wieder in die Slumber Camp. Ähm... Und du gehst bitte zu dem Berry-Bush und du grillst das bitte. Ich habe meine Ratte gekillt, finde ich... So. Mein Wut kommt daher. Das heißt, wir brauchen da noch einen Villager, sobald einer frei wird, um noch einen Shed zu bauen. So. Könntest du bitte nicht durchrennen? Brick Plank. Was haben wir gesagt? Brick Plank. Dreimal Coins. Und einen Villager. Und dann haben wir einen Markt. So. Das... Können wir da wieder hergeben. Wir schlichten wieder alles. So. Nein. Wir machen noch einen Shed. Oh. Wutstick Wut habe ich da. Wutstick Wut habe ich da. Wutstick Wut. Wutstick Wut habe ich da. Wutstick Wut. Wutstick Wut. Wutstick Wut macht ein Shed. Ähm... Haben wir genügend Essen? Wir haben genügend Essen. Großen. Großen. So, bitte bleiben. Mach doch bitte nicht. gibt sicher irgendetwas und structure das habe ich damals noch gar nicht gemacht so einmal markt jetzt heißt es immer daher weil wir werden jetzt einfach die dinge so verkaufen und du brauchst mir zuerst einen quarry einsetzen so wir haben wieder etwas ordnung und wir haben nur zwei karten rüber mit dem essen passt das die kuh hat milch gegeben das ist ja cool irgendwas war mit milkshake was brauchen wir deswegen wir brauchen auf jeden fall wieder das nächste mal späre und späre stick so was machen wir mit dir jetzt ich könnte natürlich einen mein geld jetzt nehmen und in einen neuen stack investieren baum wo also warte mal wir brauchen zuerst aber für den späer ja kusch feed villages ok selber aussuchen was ich füttere scheinbar nicht gut ich habe befürchtet dass das würde das teuer wird natürlich zuerst jetzt auf ihr seid glücklich was verkaufen das wäre klug gewesen ja egal egal wir machen mehr milch komm du ja wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen nicht Ja, für bäume. Cool, bleib bitte da oben bei den Mushrooms. Also, was passiert von der Leine? Schauen. Verkaufen wir. Cool, wie wäre es, wenn du Milch machen würdest? Ich würde mich ganz gerne noch einen Milchshake machen, den ich dann verkaufen kann. Naja, wurscht. Speer-Villager. Du wirst jetzt mal ein Speer-Camper. Und dann machen wir noch ein Baby als Wasser. Yay. Du und du. Ja, ja, danke. Mushroom. Kuh bleibt da und spring nicht so rum. Es muss hier irgendein Gebäude geben, um die Kuh einzusperren. Smelter not shelter. Ich brauche ein Shelter. Animal Pen. Meine Güte, wieso schaue ich nicht auf sowas? Ich brauche es. Ich brauche es. Zweimal Plank, zweimal Wood, einmal Iron Bar. Für die Iron Bar brauchen wir aber noch die Smelter. Das müssen wir als erstes bauen. Zweimal Flint, zweimal Brick, einmal Plank. Okay. Die zweimal Flint hätten wir schon. Okay, die geben wir mal dort der Seite, damit wir es nicht räumen. Gut, an dieser Stelle Herrschaften werden wir für heute Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss euch.